Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest zum Quaumennen anwesend anzunehmen bei Quen Armstead in Gilneas an dieser Position. Vor Quest war Querde für Demerhafen und wie ihr seht ihr müsst jetzt nichts machen, das ganze passiert automatisch. Oh, das Tor geht auf, okay. Wir können auch nichts drücken zum Abmountain oder sowas. Sehr schön. Geht auch automatisch auf. Ah ja, und jetzt sind wir angekommen. Dann geht es jetzt hier entlang und mal schauen, wo wir hin müssen. Wie es aussieht in dieses Gebäude, hier oben. Laufen wir mal hinein. Große Eingangstür, gefällt mir. Und ich werde nicht aufgemountet. Quest ist abzugeben bei Königin Mia Quaumene in Gilneas, Quaumenes Anwesen an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.